Sie sind der Typ, der für den Senat kandidiert, oder? Der Typ bin ich, ja. Sind Sie registrierte Wählerin in New York? Sehe ich vielleicht so aus. David! Ich muss los. Entschuldigung. Wer war das? Keine Ahnung. Machen wir ein Wettrennen. Du gegen mich? In den Schuhen? Was soll das? Wir sind die Leute, die dafür sorgen, dass alles nach Plan verläuft. Wir überwachen die ganze Welt. Sie können Ihrem Schicksal nicht entkommen, David. Sie haben gerade hinter einen Vorhang geblickt, von dessen Existenz Sie gar nicht wissen dürften. Das ist Ihre Bestimmung und wir sorgen dafür, dass Sie ihr folgen. Sie haben heute Morgen im Bus eine Frau getroffen. Hast du gerade auf meine Beine gestartet? Ich bin dem Rockschutz los ausgeliefert. Was spielt denn das für eine Rolle? Ihr Weg durch die Welt stand bereits fest. Sie hätten Sie niemals wiedersehen sollen. Wenn Sie sie wirklich lieben, gehen Sie einfach. Wenn Sie bei ihr bleiben, sterben nicht nur Ihre eigenen Träume, sondern auch Ihre. Es ist mir egal, was Sie mir in den Weg stellen. Ich gehe nicht auf. Sie wollen fliehen. Was um Himmels, wenn ist denn nur los? Du musst mir vertrauen. Okay. Alles, was ich habe, sind meine Entscheidungen. Und ich entscheide mich für Sie. Vergessen Sie nicht. Wir haben versucht, vernünftig mit Ihnen zu reden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020